Willkommen zurück! Auf geht's zum Endspurt! Und das sieht doch toll aus! Ja... Es ist mir schwer. Immer nur ein bisschen auftanken. Weiter geht's, auftanken. Das ist wieder eine Geduldsprobe. Ab und zu mal ein Gegner. Das Beste ist die Musik hier. Und ich hab gleich ein Leben. 89 Bananen. Noch mehr Bananen, yes. Noch eine Banane. Yeah! 6 Leben. So gefällt mir das. Da komm ich nicht dran. Ich kann ja nicht wie im zweiten Teil einen hochheben und werfen. Okay. Das dürfte kein Problem werden. Oh nein. Hoffentlich reicht das jetzt noch. Da hab ich tatsächlich einen verpasst. Und... da. Ja. Ich bin etwas nervös, das scheint. Aber das klappt schon. Ja. Ja, das ist echt. Das wird eng. Ja. Noch mehr Bananen. Und weiter geht's. Jetzt verpasse ich zwar das G, aber das brauche ich auch nicht. Und das war's. Und das war's. Das ging ja im Schnelldurchlauf. Wer ruft denn da? Ja. Knordi. Jawoll. Ich liebe es, Nassan. Falsche Richtung. Gleich müsste ein Geheimgang kommen. Ach, komm zurück, komm zurück. Nein. Ich bin noch so unterbelichtet. Aber wirklich. Ich geh bestimmt gleich kaputt. Hier war der Geheimgang. Der Wettelstraf. Nein. Oho. Jawoll, Mittelpunkt. Da rüber. Da rüber. Das befreien wir. Och nein, was war das denn? Ja, hier ist es. Der Bonusraum. Geht auch ohne Nassan. Wenn man das hier richtig anstellt, kriegt man sehr viel Leben. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich schaffe es natürlich. Natürlich sehe ich nicht, wie viel Leben ich hab. Aber jetzt acht. Nicht schlecht. So. Oh, nicht wirklich schwer. Kein Geheimgang, schade. Noch mehr Zahnräder. Wer die da wohl hingebaut hat. Wer die da wohl hingebaut hat. Da. Oh mein Herz. Ey, ich bin doch so blöd. Ach man. Nehmt's ja nicht übel schon. Spät nachts. So. So. Nochmal das Ganze. Das war blöd. Okay. Nehmen wir das mal mit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Das nochmal. Jetzt kommen die Knordis. Oder gleich jedenfalls. Hilfe. Dann kommen die Knordis. Ach. Schon wieder dasselbe Mist. Da sind sie. So. Ganz vorsichtig. Da rein und drüber. Meine Güte. Was ist das? Bonusraum. Bringt mir auch nix. Ne? Was ist denn das? Hüfte da nicht drauf. Da wäre bestimmt ein Bonusraum gewesen. Egal. Geschafft. Nebelmine. Das wäre mir so gar nicht gut gefallen. Der Name. Na. Jawoll. Das erste Mal ich so ein Bonusgale machen darf. Bisschen Leben sammeln. Boah, ein Nashorn ist auch nicht gerade das Beste. Ganz im Gegenteil, ich kriege ich nie besonders viel Leben. Jetzt noch beeilen, wenn ich es schaffe. Ne, da muss ich ganz links. Es könnte eng werden. Und das schaffe ich niemals. Das sind ja keine Sekunden. Totaler Fail. Ach ne, oder? Jetzt muss ich von ganz Anfang nochmal anfangen. Das ist ja voll die Verarsche. So was kann ich gar nicht leiden. Dann werde ich aggressiv. Und wenn ich aggressiv bin, dann mache ich ganz schnell. Und wenn ich ganz schnell mache, dann gehe ich auch schnell kaputt. Und das macht mich noch mehr aggressiv. Ein Teufelskreis. So, du bist so neblig. Ha, von hinten. Das ist kein schwieriges Level. Kommt man da hoch? Null Ahnung. Was war das denn wieder für eine Scheiße? Wann, Mann, Mann, Mann... Ey, das gibt's ja nicht. Diese schrecklichen Amatilos. Lass mich doch in Ruhe. So. Und nochmal. Tschüss. Ach, nee, oder? Nee. Phänomenal. Okay. Dann strengen wir uns mal an. Geht doch. Och, Mensch. Kein Kommentar. Ich lasse Taten sprechen. Diese blöden Krokis. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid. So, geht doch. Nochmal die Armadele aus. Wow. Das gibt's ja wohl nicht. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Da. So. Einfachste Methode. Und kurz vor dem Ziel war's. Na klar. Das musste ja sein. Funky, den brauch ich Annie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.